Wie kann ich jetzt die Intuition im Alltag einfach nutzen? Der einfachste Weg ist zu fühlen. Für mich immer wieder fühlen, lesen, leid. Das heißt, ich nehme die Dinge wirklich physisch in die Hand oder virtuell in die Hand und die Hand, die sich bewegt, die zeigt mir die Wahrheit. Das heißt, lege einfach von vornherein fest, ist es die Hand, die weggeht, das hat mein Gewicht, ist es die Hand, die bleibt, die dir dann das Ja sagt. Wann immer du einfache Entscheidungen zu treffen hast, wo du dir unsicher bist, nutze deine Hände, nutze deinen Körper. Dein Körper zeigt dir es. Und auch das ist Intuition. Du folgst deinem Gefühl, du fühlst genau, was für dich das Richtige ist, ohne dass du deinen Verstand dazu benutzt. Von daher trau deine Intuition, trau dein Bauchgefühl und der Alltag wird so leicht. Hier ist die Erweiterung von Ziesmann-X-Klein. Aber die Tiefelung von Strom ist ja so, dann kommt es auf jeden Fall Quell. Super Sein schön in diesem Bereich. Was ist nur das framework mit mir möglich? Das ist auch einfach nur großartig.